Guten Morgen! Das Webinar beginnt. Ich hoffe, Sie hören und sehen mich alle. Dann sollte alles gut funktionieren. Ich tippe einfach noch mal kurz ein und frage Sie mittels Nachricht, ob Sie mich sehen. Während ich gekippt habe, habe ich schon einige Nachrichten von Ihnen bekommen. Das ist prima, dass Sie mich sehen und mich hören. Dann scheinen ja alle Funktionen zu stimmen. Dann hoffe ich auch mal, dass die Internetverbindung über das Webinar hält. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Webinar. Heute mal wieder nach längerer Zeit aus meinem Büro in Stuttgart, aus der Linden-Spülstraße. Zurzeit befinden uns alle im Homeoffice. Die Agentur Crew, die Mitarbeiter und Mitarbeiter sind allerdings noch alle fit. Toi, toi, toi. Das so bleibt und wir sind auch im Homeoffice da für all Ihre Fragen, für Ihre Belange, für Probleme, die sich vielleicht auch jetzt schon stellen rund ums Thema berufliche Weiterbildung, auch wenn das Thema natürlich momentan etwas zurücktritt. Das heißt, etwas sehr zurücktritt hinter den aktuellen Problemen. Ich möchte Sie in den nächsten 60 bis 70 Minuten durchführen durch ein paar Folien, wo ich Ihnen einfach mal vorstellen möchte, wer ist die Agentur Crew, was macht sie und vor allem, was kann sie Ihnen als Betriebsrätin, Betriebsrätin von Siemens so alles bringen. Ich sehe gerade, Herr Kalaikos kommt später. Das sollte aber auch kein Problem sein. Vielleicht an der Stelle schon die Vorbemerkung, dass dieses Webinar auch aufgezeichnet wird und Ihnen dann im Nachgang zur Verfügung gestellt wird als YouTube-Video, sodass Sie dann das ganze Webinar auch mal nachhören können. Die Folien bekommen Sie ohnehin. Ganz kurz, wer ist die Agentur Crew, was macht sie? Die Agentur Crew ist zunächst mal ein Akronym und ausgeschrieben heißen wir Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Metall-Elektronustrie Baden-Württemberg e.V. Der Titel ist so lange, weshalb wir immer das Akronym Agentur Crew verwenden. Und die Besonderheit bei uns ist, dass wir eine gemeinsame Einrichtung sind der beiden Sozialpartner IG Metall und Südwest Metall. Beide geben gleich viel Geld in unsere Grundfinanzierung und aufgrund dieser Konstellation haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, eine neutrale Stelle in der Beratung und Unterstützung der Unternehmen der M&E Industrie in Baden-Württemberg zu sein. Und sowohl die Belange der Betriebsräte, Betriebsräte bzw. Beschäftigten, wie auch die Belange der Unternehmen zu berücksichtigen. So eine Agentur Crew, so eine Agentur gibt es nur in Baden-Württemberg. Insofern sind wir hier einmalig. Tarifverträge zur Qualifizierung gibt es ja auch in anderen Ländern. Ja, ich habe es schon erwähnt, unsere Hauptaufgaben sind erstmal die Beratung und Unterstützung in allen Fragen der beruflichen Weiterbildung, speziell für Unternehmen der M&E Industrie. Ich sage auch gleich nochmal später, aber ich möchte es an dieser Stelle auch schon mal sagen, all unsere Beratungsleistungen sind für Unternehmen, die Tarifparteimitglieder sind, also Mitglieder bei Südwest Metall sind, kostenlos. Das heißt, unsere Leistungen sind bereits über die Mitgliedsbeiträge an den Arbeitgeberverband abgegolten. Ein Grund mehr, so finde ich persönlich, Mitglied im Arbeitgeberverband zu sein, weil dann bekommt man auch die Leistung der Agentur kostenlos. Seit Neuestem verstehen wir uns auch als Denkfabrik, so unser Auftrag, neuer Auftrag, Denkfabrik für berufliche Weiterbildung, für neue Weiterbildungskonzepte, weil ich glaube, Sie kennen es auch aus Ihren Standorten. Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Ich möchte gar nicht die verschiedenen Stichworte erwähnen, aber eins ist klar, wir brauchen da neue Antworten, neue Lösungen, weil Weiterbildung, wie wir sie vielleicht noch vor fünf Jahren gekannt haben, funktioniert wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr. Ja, uns gibt es seit mittlerweile dann, ich muss mal kurz nachrechnen, seit 17 Jahren, ja, das ist richtig, bitte, nein, 18 Jahren, die Folie ist noch alt. Nächstes Jahr feiert der Tarifvertrag, 20. Jubiläum und all unsere Aufgaben können Sie im Tarifvertrag zur Qualifizierung nachlesen. Ich lese gerade, Herr Asan hat leider keinen Ton. Ich schreibe mal kurz eine Nachricht an Ihnen. So, zurück zum Thema. Wir befinden uns gerade in dem Leitbildprozess bei der Agentur Q. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich möchte Ihnen auch diese Folie mit zeigen, weil sie soll Ihnen nochmal deutlich machen, wofür wir stehen, was unsere Themen gerade sind. Und wir sagen als Agentur Q. ganz klar, wir haben die Zukunft im Blick, wir möchten uns Gedanken machen, wie muss sich berufliche Weiterbildung verändern, was muss in den Unternehmen passieren, wie kann man berufliche Weiterbildung umsetzen in den Unternehmen. Aufgrund unserer Kontakte in vielen Unternehmen, aufgrund unserer Projekte mit vielen Unternehmen, sagen wir, wir kennen uns aus und sind nah an der betrieblichen Praxis. Wir finden auch gemeinsame Lösungen mit den Betriebsparteien. Und da wir sowohl getragen werden von Südwestmetall wie auch IG Metall, haben wir ein starkes Netzwerk im Fall der Gewerkschaftsseite, beispielsweise auch zum Transformationsteam, zu Raphael Männes, der auch Mitglied bei uns in der Agentur Q. Wir sind offiziell ein Verein, zur BIKO und so weiter und sofort zu vielen verschiedenen Organisationen, das IMO-Institut möchte ich an dieser Stelle auch nennen. Und mit unserer Beratung, mit unserem Netzwerk bieten wir dann auch einen Mehrwert. Ich habe gerade eben vergessen, unten hatten Sie auf der Vorgängerfolie zwei Herren gesehen, den einen kennen Sie wahrscheinlich, Roman Zitzesberger, der andere ist per Michael Dick, der Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall. Das sind unsere beiden Vorstände. Ja, wo sehen wir unsere Kernkompetenz als Agentur Q? Was können wir Ihnen konkret anbieten in den Unternehmen, an Ihren Standorten, in verschiedenen Projekten in der Vergangenheit, die wir zumeist mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg durchgeführt haben, immer in Kooperation mit Unternehmen, haben wir einen umfangreichen Instrumentenkoffer angelegt, wo verschiedene Werkzeuge beinhaltet sind, die Sie jederzeit herausnehmen können aus dem Koffer und an Ihre Belange anpassen können für Ihr Unternehmen. Das sind beispielsweise Werkzeuge, die passen könnten, wenn es um das Thema Erfassung von informellen Kompetenzen geht von Kolleginnen und Kollegen, dazu auch gleich mehr. Wenn es darum geht, eine systemische Weiterbildung aufzubauen, überhaupt mal den Weiterbildungsbedarf im Unternehmen zu ermitteln, Konzepte zu entwickeln und schließlich auch, wenn es darum geht, eine Betriebsvereinbarung weiterzuentwickeln, neu aufzusetzen und um Themen der beruflichen Weiterbildung. Was ich auch immer gleich zu Beginn sagen muss, egal ob ich draußen bin in Unternehmen, in der Erstberatung, ich wäre ja heute auch gerne mit Ihnen in Bad Dürkheim gesessen bei dem herrlichen Wetter. Ich sage es aber auch hier in dem Webinar. Was wir nicht sind als Agentur Co. ist ein Weiterbildungsanbieter. Wir bieten nicht selber Weiterbildung an. Wir entwickeln nur Weiterbildungskonzepte. Wir sind auch nicht diejenigen, die aus Stuttgart, aus dem Elfenbeinturm zu Ihnen kommen, ins Unternehmen und sagen, so und so und so wird es jetzt gemacht. Nein, wir verstehen uns wirklich als Prozessbegleiter. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen etwas entwickeln. Sie kriegen Unterstützung von uns, aber wir sagen immer, die Expertinnen und Experten sind Sie in den Unternehmen. Sie wissen am besten Bescheid, was die Beschäftigten brauchen, welche Kompetenzen sie haben und welche Zukunftsmärkte die einzelnen Siemens-Standorte anvisieren und welche Kompetenzen sie dafür brauchen. Deshalb liegt unser Fokus immer in der Mitte dieses Falldiagramms in der Entwicklung gemeinsamer Weiterbildungsstrategien. Und klar, dafür braucht es gewisse Voraussetzungen. Sie müssen sich erst mal darüber im Klaren werden, welche Kompetenzen sind eigentlich vorhanden, wie ist Ihre Beschäftigtenstruktur. Beispielsweise wie hoch ist Ihr Altersdurchschnitt. Gibt es viele Kollegen und Kollegen, die in den nächsten Jahren aus dem Unternehmen ausscheiden und Wissen mitnehmen aus dem Unternehmen. Inwieweit muss dieses Wissen erhalten bleiben im Unternehmen. Sie müssen schauen, welche Weiterbildungsangebote sind vielleicht schon vorhanden. Gibt es eine Betriebsvereinbarung? Wie ist das Weiterbildungsklima? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen, bevor Sie sich dann gemeinsam mit uns an die Fragen heranmachen. Was sind denn die Marktanforderungen von morgen? Welche Kompetenzen werden dafür benötigt? Wie verändert sich die Belegschaft? Werden in anderen Ausbildungsberufen junge Menschen ausgebildet? Welche Qualifikationen werden in Zukunft benötigt? Mehr DHBW-Studenten, weniger Facharbeiter? Das sind alles Fragen, genauso die Frage, welche Weiterbildungsformen machen Sie. Und aus diesen Fragen erarbeiten wir dann gerne mit Ihnen zusammen eine Weiterbildungsstrategie für Ihr Unternehmen. Ich habe es erwähnt, unsere Beratung ist kostenlos, auch für Siemens, da Sie Mitglied sind im Arbeitgeberverband Südwestmetall. Und wir entwickeln Konzepte, wir beraten aber auch zu ganz konkreten Fragestellungen, die Sie uns mit auf den Weg geben. Und wir haben mal versucht, unsere Beratungsleistung ein bisschen zu strukturieren. Und ich möchte Ihnen kurz einen Überblick geben, wie unsere Beratungen normalerweise strukturiert sind. Wenn ich zu Ihnen, zu einem der Siemens-Standorte mal kommen sollte, im Nachgang zu diesem Webinar und wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann könnte ich Ihnen beispielsweise anbieten, im Rahmen unseres Angebots AQ-Info, dass ich so ähnlich wie jetzt in diesem Webinar zu Ihnen komme und dem Betriebsratskollegium aber gerne am liebsten immer gleich gemeinsam mit Personalverantwortlichen vorstelle, was ist die Agentur Q, was sind unsere Konzepte, was können wir anbieten. Das ist im Grunde das, was wir jetzt auch in komprimierter Form in diesem Webinar machen. Dafür veranschlagen wir immer so zwei bis drei Stunden, dass man sich einfach mal austauscht. Kann dann auch eine Vorstufe sein für eine ausführlichere Beratung, die dann beispielsweise beginnt mit unserem Angebot AQ-Basis. Ein gemeinsamer Workshop, dass man sagt, wir setzen uns einen Tag zusammen. Als Agentur Q hören wir Ihnen vor allem zu, verschaffen uns einen systematischen Eindruck, gehen dann zurück in unser Büro in Stuttgart und überlegen uns, welche Handlungsempfehlungen wir Ihnen geben können aufgrund unserer Eindrücke, die wir gewinnen konnten und kommen dann für einen weiteren halben Tag zu Ihnen nochmal ins Unternehmen, um Ihnen ein Feedback zu geben, Empfehlungen zu geben für Ihre Weiterbildungsarbeit im Unternehmen. Ja, etwas ausführlicher wird die Arbeit dann im AQ-Konzept. Da würden wir dann gerne wirklich gemeinsam mit Ihnen anhand konkreter Konzepte arbeiten. Die Konzepte stelle ich Ihnen im Rahmen des Webinars noch vor, um diese Konzepte anzupassen auf Ihre Belange, auf Ihre konkreten Probleme. Und dafür brauchen wir dann natürlich auch ein bisschen Zeit. Und AQ-Projekt entscheidet sich dann vom AQ-Konzept darin, dass wir bei AQ-Projekt dann nicht mehr bestehende Konzepte, die wir mal entwickelt haben, mit Unternehmen zurückgreifen, sondern wir dann tatsächlich ganz neue Themen mit Ihnen bearbeiten, die auch für uns als Agentur Q neu sind, wo wir uns dann aber schlau machen in unserem Netzwerk, auch Expertise von unseren wissenschaftlichen Partnern beispielsweise hinzuziehen, um dann gemeinsam mit Ihnen zu einem guten Ergebnis zu kommen. Bei allen vier Angeboten ist uns ganz wichtig, dass wir immer von vornherein alle mit an Boot holen. Mir ist immer ganz eine Herzensangelegenheit, dass ich nicht vom Betriebsgrad eingeladen werde oder von der Arbeitgeberseite, sondern dass, wenn ich zu Gesprächen in Unternehmen komme, genauso meine Kollegen und Kollegen aus der Agentur Q, dass wir dann immer gleich mit beiden Betriebsparteien sprechen, weil so entsteht eine Vertrauensbasis und aus meiner Sicht auch eine Nachhaltigkeit für Konzepte, die wir besprechen und dann auch erarbeiten. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe aus Versehen ganz vergessen, auch noch zu sagen, wie wir als Agentur Q aufgestellt sind. Das ist mir gerade gekommen, als ich von den Kollegen und Kollegen gesprochen habe. Wir sind in der Agentur Q insgesamt sechs Personen. Mich kennen Sie wahrscheinlich zumindest aus einem kleinen Bild. Ich mache mich nochmal groß. Mein Name ist Stefan Barum, ich bin der Geschäftsführer der Agentur Q und wir sind insgesamt sechs Personen in der Agentur Q und haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Ein Kollege ist in einem Projekt beschäftigt und kümmert sich um die Sichtbarmachung von informellen Kompetenzen. Eine Kollegin kümmert sich um das Thema Digitalkompetenzen und der Herr Binder und ich sind viel auch unterwegs in den Unternehmen, um dann gemeinsam mit den Unternehmen eben Konzepte zu entwickeln, sie zu beraten. Und dann haben wir noch zwei Damen im Backoffice, unsere Buchhalterin, die Frau Eggers und die gute Seele im Büro, unsere Assistentin, die Frau Müller, die uns in allen Themen stets den Rücken frei hält und uns eine gute Unterstützung ist. Das sind wir als Agentur Q, sechs Personen, keine große Truppe, aber ich finde eine schlagfertige Truppe und wir können uns auch stets immer auf den Rückhalt der beiden Sozialpartner verlassen. Da haben wir echt tolle Kolleginnen und Kollegen, die dann auch gemeinsam mit uns die Konzepte, die Projekte wuchten. So, ich gehe zurück zu meinen Folien. Haben Sie mich mal groß gesehen? Und dann würde ich eine Folie weitergehen und zu der Frage kommen, was denn die Herausforderungen sind. Da würde ich nämlich jetzt dann auch in die konkrete inhaltliche Vorstellung eintreten. Wenn Sie mich vor zwei Wochen gefragt hätten, was sind die drei großen Herausforderungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg, dann hätte ich gesagt, ganz klar, die Digitalisierung. Viele Arbeitsplätze werden sich verändern, Tätigkeiten werden verschwinden, neue Tätigkeiten entstehen durch die Digitalisierung. Beschäftigte müssen für diese neuen Tätigkeiten qualifiziert werden. Ganz großes Thema in Baden-Württemberg ist dann auch die Transformation der Automobilindustrie. Ganz viele Arbeitsplätze können entfallen, wenn die Verbrennertechnologie nach und nach verschwindet zugunsten Elektromobilität. Und dann, klar, vor zwei Wochen gab es die konjunkturelle Eintrübung. Da hätte ich auch noch gesagt, ja, die Konjunktur ist mit die große Herausforderung. Und jetzt ist natürlich eine vierte Herausforderung gekommen. Corona, wir konnten gestern alle hören, 500.000 Unternehmen in Deutschland haben Kurzarbeit. Da muss man sich fragen, hat dann Weiterbildung überhaupt noch einen Platz momentan in der Unternehmenspolitik? Ich sage ja und nein. Nein, weil es natürlich ganz viele andere wichtige Themen gibt. Ja, weil natürlich Kurzarbeit auch für Weiterbildung genutzt werden kann. Da gibt es die entsprechenden Fördermöglichkeiten durch die Bundesagentur für Arbeit. Und weil natürlich Homeoffice auch ermöglicht, sich endlich mal in die Themen einzulesen, einzuarbeiten, die einen schon länger mal beschäftigen, zu denen man aber, für die man nie Zeit hatte. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Online-Angebote. Auf einige haben wir in unserem letzten Newsletter auch hingewiesen. Ich möchte aber gar nicht so sehr über Corona sprechen, sondern tatsächlich die Arbeitswelt 4.0 in den Blick nehmen und gemeinsam mit Ihnen überlegen, wie muss ich da Weiterbildung verändern? Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht muss Weiterbildung in Zukunft viel, viel mehr vorausschauend handeln. In der Vergangenheit hat Weiterbildung aus meiner Sicht zu häufig reagiert und auf Veränderungen eine neue Maschine wurde angeschafft. Dann wurden die Beschäftigten auf der Maschine qualifiziert. Wenn wir die Industrie 4.0, die Transformation der Arbeitswelt, aber bewältigen wollen in Baden-Württemberg, müssen wir uns im Grunde jetzt schon darüber Gedanken machen, welche Kompetenzen unsere Beschäftigten in zwei Jahren benötigen, um diese Kompetenzen auch jetzt schon aufzubauen. Das können natürlich keine spezifischen Programmierkenntnisse sein. Das wissen wir alle noch nicht, was da in zwei Jahren braucht. Aber wenn es um überfachliche Kompetenzen geht, die können wir auch jetzt schon aufbauen. Unser Eindruck ist dann auch, dass der klassische Seminarbetrieb in Zukunft nicht mehr so das Nonplusultra ist, sondern wir viel mehr zu einem informellen Lernen kommen, auch am Arbeitsplatz durch die neuen Medien, eng verknüpft mit dem Arbeitsprozess, ermöglicht natürlich auch durch zeitgemäße Angebote, wobei wir als Agentur Cuda natürlich dann auch an dem Thema arbeiten, wie können denn alle Beschäftigten an diesen neuen Angeboten partizipieren, auch Beschäftigte, die über keinen Computerarbeitsplatz verfügen, Beschäftigte an der Linie, im direkten Bereich, wie kann man solche Beschäftigten auch mitnehmen, wenn wir über neue Weiterbildungsformate sprechen? Wie kann man auch deren Umfeld lernförderlich gestalten? Grundsätzlich reden wir, glaube ich, in Zukunft mehr über eine Anpassungs- und Erhaltungsqualifizierung, wenn wir lesen, dass so viele Arbeitsplätze sich verändern und in der ganzen Weiterbildung müssen wir zukunftsorientiert denken. Ja, und wir möchten Sie auf diesem Weg begleiten, hin in eine neue Weiterbildungslandschaft. Sie begleiten in der Entwicklung neuer Konzepte für die Herausforderungen, die da kommen, bei Ihnen an den Standorten. Ich kenne Sie zu wenig. Da müssten wir dann im Nachgang in bilateralen Gesprächen überlegen, was sind denn Herausforderungen bei Ihnen, wie kann die Agentur Sie da unterstützen. Aber ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden einfach mal aufzeigen, welche Angebote wir speziell für Sie sehen, für Siemens, aber auch für andere Unternehmen im Ländle, und was wir Ihnen da anbieten können, um Sie zu begleiten in der Transformation der Arbeitswelt. Ich beginne mit einer Ist-Analyse gleich. Ich denke, das ist wirklich wichtig zu überlegen, wo stehe ich eigentlich jetzt? Wen habe ich denn in meinem Unternehmen? Wen habe ich als Kolleginnen, Kollegen mit welchen Kompetenzen? Was haben wir eigentlich schon im Unternehmen? Dann muss man natürlich überlegen, wo möchte ich hin? Wo soll das Unternehmen in zwei oder in drei, in fünf Jahren stehen? Eine sehr schwierige Frage. Da sagen die meisten immer, das wissen wir doch nicht, wo wir in zwei Jahren stehen, was wir dann brauchen. Ist vielleicht jetzt in der aktuellen Krise berechtigt. Ansonsten sage ich immer, naja, letztes Jahr im September habt ihr neue Azubis eingestellt. Die sind in drei Jahren im Frühjahr fertig mit ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung. Zumindest dann müsste man noch wissen, was macht man mit diesen neuen, neu ausgebildeten Fachkräften. Dann geht es darum, eine Inventur zu machen, zu überlegen, genau hinzuschauen, welche Qualifikationen sind im Unternehmen vorhanden und daraus kann ich dann eine Weiterbildungsstrategie entwickeln und dann auch schauen, welche Weiterbildungsangebote gibt es, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Auch dazu können wir als Agentur-Kubin etwas anbieten. Ich würde allerdings den letzten Punkt jetzt gerne ausklammern, weil wenn wir anfangen, über Qualifizierungschancengesetz zu sprechen, Kurzarbeit, dann wäre das schon fast ein eigenes Webinar und würde den Zeitrahmen jetzt doch deutlich sprengen. Wenn Sie eine Frage haben zwischendurch, kann ich gerne den Chat benutzen. Sie haben auch die Möglichkeit, mit einer Hand virtuell zu winken. Dann kann ich versuchen, Sie auch live zu schalten, dass Sie eine Frage stellen können. Aber wenn Sie einfach tippen, ich lese das immer parallel, dann kann ich Ihnen die Frage auch gerne so beantworten. Ich beginne mit der Ist-Analyse. Was bedeutet für uns Ist-Analyse? Welche Angebote haben wir da für Sie parat? Da haben wir zunächst mal unseren Akku-Monitor, eine Checkliste. Den finden Sie auf unserer Homepage als PDF-Dokument zum Download. Sie können sich aber auch gerne bei uns in der Agentur Q melden. Dann schicken wir Ihnen einige Print-Exemplare zu. Gar kein Problem. Mit dem Akku-Monitor können Sie selbst einmal in einer Selbstreflexion schauen, wie sind wir eigentlich aufgestellt in der Weiterbildung. Das sind verschiedene Fragen. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt auf dieser Folie. Und unser Ziel von dieser Checkliste ist, dass Sie allein durch das Durcharbeiten dieser kleinen Broschüre bereits erste Ideen bekommen, wo Sie vielleicht ansetzen könnten in der beruflichen Weiterbildung im Unternehmen. Das sind nicht viele Seiten. Kann man mal so nebenher durcharbeiten. Wir kommen aber natürlich auch gerne zu Ihnen ins Unternehmen, um gemeinsam mit Ihnen den Weiterbildungsbedarf zu erheben, zu erkennen. Das gelingt am besten, indem man einfach mal gemeinsam durch die Produktion läuft, entlang der Wertschöpfungskette. Da haben wir dann auch immer einen Blick darauf, wie lernförderlich sind Arbeitsumgebungen. Wie arbeiten Teams zusammen? Welche Möglichkeiten gibt es für Lernen am Arbeitsplatz? Wie sind Arbeitsplätze ausgestaltet? Sind sie eher zukunftsgewandt, eher Old Economy? Dann können wir Fragebögen an Beschäftigte erstellen, online wie auch paper-based, um da auch die Rückmeldung der Beschäftigten direkt zu bekommen. Das ist auch immer sehr wichtig, dass man nicht nur mit Betriebsräten, Betriebsräten und Personalverantwortlichen spricht. Und klar, dann würden wir auch immer Interviews führen mit Ihnen, mit den Führungskräften, aber auch gerne mit den Werkleitern oder Entwicklern, um da auch mehr zu erfahren, um Ihnen dann eine Rückmeldung zu geben, was ist denn der Weiterbildungsbedarf bei Ihnen. Das wissen Sie natürlich meistens am besten, aber wir können Ihnen da vielleicht einen Blick von externen noch liefern und auch ein Stück weit einen Benchmark liefern, weil wir auch an vielen anderen Unternehmen unterwegs sind und da schon so einiges gesehen haben. Und da müssen sich ganz viele Unternehmen auch gar nicht verstecken. Manche Lösungen sind ganz klein und einfach umzusetzen haben, haben aber auch eine ganz große Wirkung. Ja, wenn wir Sie weiter begleiten auf dem Weg, dann können wir auch gerne mit Ihnen eine Soll-Analyse durchführen, wo soll das Unternehmen stehen, welche Kompetenzen sollen Beschäftigte in Zukunft haben, über welche Kompetenzen sollten sie verfügen. verfügen und da wäre jetzt meine rhetorische Frage, wissen Sie denn, über welche Kompetenzen Ihre Beschäftigten, Ihre Kolleginnen und Kollegen verfügen müssen? Häufig, ich habe es bereits erwähnt, wissen die meisten Unternehmen das nicht ganz so genau. Liegt auch daran, dass für Weiterbildung nie der perfekte Zeitpunkt ist. Entweder es ist keine Zeit für Weiterbildung oder es ist kein Geld für Weiterbildung. Meistens ist vor allem keine Zeit da, sich mal vertieft Gedanken darüber zu machen, welche Kompetenzen brauche ich, welche Weiterbildungsformate brauche ich, um mich nachhaltig besser aufzustellen. Wir haben hier verschiedene Tools auch wieder im Angebot, wie gerade eben auch Expertengespräche, Arbeitsplatzbegehungen. Wir haben aber auch im Rahmen eines Projektes, das wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg durchgeführt haben, da richtige Methoden entwickelt, beispielsweise für die Durchführung, eine Bildungsbedarfsanalyse, die wir sehr gerne mit Ihnen durchführen können. Und ich wiederhole es nochmal im Fall von Siemens, alles kostenlos, da unsere Leistungen bereits abgegolten sind über die Mitgliedsbeiträge. Was heißt das Weiterbildungsprofil erstellen? Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, das Profil eines Einstellers. Wir können uns vorstellen, gemeinsam mit Ihnen in einem Workshop zu überlegen, inwieweit sich Profile von bestimmten Beschäftigtengruppen in Zukunft verändern werden. Und wir können gemeinsam überlegen, welche Kompetenzen braucht denn in diesem Fall in Zukunft ein Einsteller auf Anfängerniveau, auf fortgeschrittenem Niveau, ein Expertenniveau. Das wäre beispielsweise etwas, was wir im Rahmen eines Workshops gemeinsam erarbeiten können. Und aus so einer Matrix kann man dann auch sehr gut Weiterbildungsangebote, Lösungen ableiten für Ihr Unternehmen. Halt mich bitte nicht so sehr am Begriff des Einstellers fest. Das ist ein Beispiel aus einem Unternehmen, mit dem wir gerade sehr eng zusammenarbeiten. Da können Sie natürlich auch komplett andere Tätigkeiten eintragen und das dann entsprechend ausüben. Jetzt gibt es eine Frage von der Frau Fröschle. Personengruppen ist ein gutes Stichwort. Wir stellen fest, dass aktuell in der Hauptsache die klassischen Frauenarbeitsplätze gestrichen werden. Ja, das ist noch keine Frage. Das ist wahrscheinlich auch Ihre Diskussion. Ja, wenn Arbeitsplätze gestrichen werden, das ist dann jetzt eben immer die Frage, welche Kompetenzen haben denn die Beschäftigten auf diesen Arbeitsplätzen und sind diese Kompetenzen nicht vielleicht an anderer Stelle von Nutzen? Und wie kann man dann diese Personen entsprechend qualifizieren auf andere Arbeitsplätze? Wobei ich auch an der Stelle immer sagen muss, Weiterbildung kann keinen Stellenabbau verhindern. Weiterbildung ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme. Weiterbildung kann aber einen wichtigen Beitrag leisten, um Beschäftigung stabil zu halten. Da braucht es aber dann ein Gesamtpaket, wo Weiterbildung dann ein kleiner Teil von sein kann. Sie können, ich bin an dieser Folie hängen geblieben, eine Ist-und-Soll-Analyse durchführen und schauen, welche Kompetenzen sind heute vorhanden und welche Kompetenzen brauchen Sie morgen. Das geht über so ein Spinnendiagramm. Die blaue Linie in dem Fall wären die Kompetenzen, die heute schon vorhanden sind, auf einer Matrix, auf einer, auf fünf Ebenen von 0 bis 5 und die rote Linie, damit sind die Kompetenzen abgetragen, die Sie morgen benötigen. Und an der Stelle sehen Sie, dass bei Störungssuche, bei Anlagen hoher Komplexität die Kompetenzen heute schon vorhanden sind, die Sie morgen benötigen. Aber an den anderen Stellen, da gibt es noch entsprechend etwas zu tun für die Weiterbildung. So, die Frau Fink fragt, wie funktioniert bei Ihnen die Ist-und-Soll-Analyse? Haben Sie dafür ein Programm? Ja, da haben wir ein Programm, wobei das Programm heißt letztendlich Excel. Da können die verschiedenen Kompetenzen eingetragen werden und Sie können dann selber als Unternehmen, als Betriebsräte, beziehungsweise auch gerne mit uns gemeinsam in einem Workshop, eben ganz einfach abtragen, auf einer Skala 1 bis 5, welche Kompetenzen brauchen wir morgen oder in zwei Jahren, welche Kompetenzen haben wir heute und dann kann man das auswerten und bekommt eben eine grafische Darstellung in so einem Spinnendiagramm und kann dann sehr plastisch sehen, wo gibt es den entsprechenden Nachholbedarf und aus diesem Nachholbedarf kann man dann Rückschlüsse ziehen auf Qualifikationen, die es benötigt und dann kommen wir ins Spiel, um gemeinsam mit Ihnen zu überlegen, auch wie können solche Qualifikationen aussehen, was braucht man da in Zukunft? Können Sie das alleine machen als Unternehmen im Rahmen von informeller Weiterbildung? Können Sie das machen mit internen Weiterbildungsmentoren, mit internen Trainern oder brauchen Sie da externe Unterstützung auch durch externe Weiterbildungsträger, wo wir Ihnen dann auch gerne Hinweise geben können, Ratschläge geben können, wen es da denn auf dem Markt so gibt, weil das haben wir auch immer wieder festgestellt, der Weiterbildungsmarkt, der ist sehr, sehr unübersichtlich mittlerweile, es gibt so viele verschiedene Träger da draußen, dass man es als Unternehmen häufig schwer hat zu überlegen, welcher Partner, welcher Weiterbildungsanbieter hat denn jetzt wirklich ein Angebot in der Tasche, was mir als Unternehmen hilft. Da sehen wir für uns auch in gewisser Weise eine Lotsenfunktion, wir machen uns immer wieder schlau, was gibt es da draußen auf dem Markt und können Ihnen dann sicherlich da auch passende Angebote liefern. Ja, dann kommen wir zur Inventur, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Agentur Q, weil uns das Thema schon sehr, sehr lange bewältigt, nämlich die Frage, ob Sie denn als Unternehmen, als Betriebsgräte, Betriebsgräte überhaupt wissen, welche informellen Kompetenzen bei Ihnen im Unternehmen vorhanden sind. Sie haben sich irgendwann mal beworben bei Siemens mit Ihrem Lebenslauf, mit Ihren Zeugnissen und diese Informationen wurden dann hinterlegt in Ihren Personalakten. Möglicherweise gibt es auch ein Kompetenzerfassungstool bei Ihnen, wo dann Kompetenzen hinterlegt werden, beispielsweise zu fragen, beherrschen Sie Office, beherrschen Sie PowerPoint und Word, können Sie dann Ja und Nein anklicken, viel mehr aber auch nicht. Aber über die tatsächlichen Kompetenzen ist in Unternehmen relativ wenig Wissen vorhanden, so unser Eindruck. Deshalb haben wir schon vor längerer Zeit angefangen, im Jahr 2012 war das, ein Tool zu entwickeln, den sogenannten AI-Kompass. AI-Co steht für Anerkennung informeller Kompetenzen. Um es Beschäftigten zu ermöglichen, Ihre Kompetenzen sichtbar zu machen, in einem Online-Tool, das ist Browser- gestützt und diese Kompetenzen dann über einen Ausdruck am Ende auch sichtbar zu machen und mit diesem Ausdruck kann ich dann in ein Personalgespräch gehen oder in ein Qualifizierungsgespräch gehen, um meinem direkten Vorgesetzten aufzuzeigen, hey Chef, das sind meine Kompetenzen, kann ich die beispielsweise einsetzen für die Weiterqualifizierung für eine andere Stelle oder gibt es da irgendwelche Weiterbildung, die du mir ansonsten anbieten kannst. Was ist der Sinn und Zweck dieses AI-Kompasses? Nun, möglicherweise sind bei Ihnen im Unternehmen Migrantinnen und Migranten beschäftigt und das schon seit vielen Jahren, die bei Ihnen als Unangelernte laufen, die aber vielleicht in Ihrem Heimatland einen Berufsabschluss erworben haben, diesen Berufsabschluss aber zum Zeitpunkt Ihre Einstellung nicht angegeben haben. Mit dem AI-Kompass können Sie das jetzt nachholen und seitdem es das Berufsqualifikationsfeststellungsverfahren gibt, könnten Sie jetzt auch mit diesem ausländischen Berufsabschluss zur zuständigen Stelle gehen und sich diesen Abschluss auch anerkennen lassen. So bekommt das Unternehmen neue Kompetenzen auf dem Papier, die allerdings eigentlich schon sehr lange vorhanden sind. Viel wichtiger ist uns aber auch die Frage, welche Kompetenzen sind im Privatleben vorhanden, im Freizeitbereich, aber auch fachliche Kompetenzen außerhalb der M&E-Industrie. Da verwende ich immer das Beispiel des Arbeitnehmers in einer Automobilfabrik eines Facharbeiters, der den ganzen lieben Tag Schrauben zusammensteckt, aber privat selber ein Haus gebaut hat, mit allem, was dazugehört, im Sportverein tätig ist, dort im Vorstand ist, eine Trainerlizenz besitzt und nebenher noch über TYPO3 die Vereins Homepage programmiert und gestaltet, Trainingspläne einstellt, das sind alles Kompetenzen, die auch im Berufsleben von Nützen sein können, nur als Unternehmen weiß man herzlich wenig darüber, was die Beschäftigten in ihrer Freizeit tun. Dasselbe gilt für Sprachkurse oder auch ansonsten Sprachkompetenzen, die ich vielleicht aufgrund einer zweiten Muttersprache besitze. Solche Kompetenzen kann ein Unternehmen auch sich zu Nutzen machen, auch zum Gewinn des einzelnen Beschäftigten. Dasselbe gilt für Computerkenntnisse. Mittlerweile kann man kleine Bots auch selber programmieren, wurde mir erzählt. Es gibt wohl auch viele, ich gehöre nicht dazu, die abends am Computer sitzen und selber programmieren oder auch an der Hardware basteln. das sind eigentlich Kompetenzen, die es in Zukunft noch viel stärker braucht, die dann auch im Unternehmen eingesetzt werden können. Ja, und dann fragen wir natürlich in diesem Tool auch fachliche Kompetenzen ab. Und da verwende ich immer aus meinem Büroleben das Beispiel Excel. Ich kann natürlich auch fachliche Kompetenzen abfragen mit der Frage, können sie Excel, ja oder nein, dann wird es die, ich nenne es immer die Blender geben, die sagen, natürlich kann ich Excel und in Wahrheit machen sie nur irgendwelche Bardscharts oder Kuchendiagramme und es gibt die Zöger, die sagen, nein, Excel kann ich nicht so gut und dabei tun sie Makros programmieren in Excel und noch vieles mehr. Daher langer Rede, kurzer Sinn, tragen wir in diesem Tool nicht nach Kompetenzen, die jemand hat, sondern nach den konkreten Tätigkeiten, die jemand ausübt, weil wir sagen, über eine konkrete Tätigkeit erfahre ich viel, viel mehr über die Person, was sie ausübt, welche Kompetenzen sie dann letztendlich verinnerlicht hat, als wenn ich stupide nur frage, was kannst du eigentlich. Als Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht ein Beispiel aus der Produktions- und Lagerlogistik, wo der AI-Kompass eingesetzt werden kann. Ich könnte jetzt beispielsweise Fragen fragen, tun Sie in Ihrem täglichen Arbeitsalltag kommissionieren, ja oder nein, dann hat man nicht so viele Informationen erworben. Ich kann aber auch über verschiedene Teilarbeitsfelder, Aufgabengruppen und Aufgaben sehr genau analysieren, was bedeutet denn jetzt kommissionieren, in dem Fall eines Beschäftigten, in der Produktions- und Lagerlogistik, tut er denn Aufträge richten, Güter bearbeiten, Betriebs- und Arbeitsmittel einsetzen oder Güter verpacken, das sind dann schon mal Aufgabengruppen, da erfahre ich schon mal mehr darüber, was in dem Fall kommissionieren ist. Und wenn der Mitarbeiter dann sagt, naja, ich tue eigentlich den ganzen Tag Aufträge richten, dann kann ich auch nochmal genauer fragen, was sind denn deine Aufgaben im Bereich Aufträge richten. Tust du Kommissionierlisten aufrufen, Aufträge aufteilen, sensible Waren kommissionieren oder dann am Ende auch Ware mit Begleitschein versehen. Und hieraus kann ich dann Kompetenzen erlesen, die vielleicht auch so gar nicht in der Arbeitsplatzbeschreibung festgeschrieben waren, aber wenn ein Beschäftigter einem Kollegen, einer Kollegin kurz aushilft, es Job Rotation gibt am Arbeitsplatz, dann erwerbe ich ja Kompetenzen, die vielleicht so bislang nicht dokumentiert waren und kann diese dann über den sichtbar machen. für mich, aber auch für meine direkten Vorgesetzten und ich gehe dann mit dem ausgefüllten AI-Kompass eben in das Qualifizierungsgespräch beispielsweise, das vorgesehen ist im Tarifvertrag zur Qualifizierung für die Beschäftigten in der MoE-Industrie und kann dann auch deutlich machen oder mit meinem Vorgesetzten klären, welche notwendigen Weiterbildungsmaßnahmen vonnöten sind. Die Frau Fröschle fragt jetzt gerade, ob es so etwas auch für administrative Tätigkeiten gibt. Ja und nein, sage ich. Nein, wenn wir uns die fachlichen Kompetenzen innerhalb von der M&E-Industrie anschauen, da beschränken wir uns tatsächlich sehr stark auf Bereiche wie Produktion, Instandhaltung, Lagerlogistik und ein Vierzes habe ich jetzt gerade vergessen. Zum Zeitpunkt der Entwicklung des AI-Kompasses haben Bürotätigkeiten noch nicht die Rolle gespielt bei uns, muss ich ganz klar zugeben. Das verändert sich aber jetzt gerade. Also wir überlegen gerade den AI-Kompass auch entsprechend da anzupassen, weil natürlich durch die Digitalisierung in den Bürotätigkeiten viel, viel mehr passieren wird, als jetzt in der Produktion, wodurch die Automatisierung in der Vergangenheit schon sehr, sehr viel passierte, aber solche KI-Prozesse wie Cortana, Alexa, Siri und wie sie alle heißen, machen ja sehr deutlich, was alles in Zukunft durch Maschinen einem abgenommen werden kann. Für die Buchhaltung brauche ich mittlerweile eigentlich keine Personen mehr. Und jetzt kommt es darauf an, welche Kompetenzen haben diese Personen, um sie für neue Tätigkeiten zu qualifizieren. Und jetzt komme ich zum Ja, Frau Fröschle. Ja, der AI-Kompass kann auch für administrative Tätigkeiten, Bürotätigkeiten genutzt werden, weil die Fragen, was tun denn die Beschäftigten außerhalb der M&E-Industrie? Haben sich Sprachkenntnisse angeeignet? Haben sich Computerkenntnisse angeeignet? Sind sie im Gemeinwesen der Politik aktiv? Sind sie im Sportverein aktiv? Das sind alles Themen, die natürlich oder Fragestellungen, die auch Kolleginnen und Kollegen im indirekten Bereich beantworten können und dann mit dieser Auswertung genauso ins Gespräch gehen können mit ihren direkten Vorgesetzten. Der AI-Kompass ist insgesamt so aufgebaut, dass ich nicht alle Fragen von vorne bis hinten durcharbeiten muss. Ich kann einzelne Themenbereiche auch ausklammern oder bewusst auswählen. Ich habe als jemand, der den AI-Kompass dann ausfüllt, auch immer die Möglichkeit, gewisse Themenfelder auszulassen, also nichts zu beantworten. Ich kann aber genauso auch Ergänzungen machen über Freifelder. Ich habe es in der Hand, wie viele Daten ich von mir auch hergeben möchte. Ich sage nur immer, man sollte den AI-Kompass möglichst ausführlich ausfüllen, möglichst komplett ausfüllen, weil nur so kann ich dann im direkten Gespräch mit meinen Vorgesetzten auch klären, was mache ich Tätigkeiten zu qualifizieren. All das kann ich dann mit dem AI-Kompass tun. Eine Info noch zum Datenschutz. Ich habe es erwähnt, das ist browserbasiert. Das heißt, ich gehe ganz normal über Firefox, Google Chrome oder welchen Browser auch immer auf die Seite www.ai-kompass.de kann dort den AI-Kompass ausfüllen und am Ende des Prozesses mir ein PDF-Dokument erstellen, mit dem ich dann ins Gespräch gehe. In dem Moment, wo ich aber den Browser schließe, gehen auch alle Daten verloren. Das haben wir damals bewusst so eingerichtet, lange vor der Diskussion über die Datenschutz- Grundverordnung. Um einfach sicher zu gehen, dass keine Daten weitergegeben werden können. Auch wenn immer wieder die Frage aufkommt, kann es nicht doch eine Schnittstelle geben zum Unternehmen? Es ist natürlich auch für die Betriebsratsarbeit sehr interessant, welche Kompetenzen sind in welchen Bereichen des Unternehmens vorhanden? Wenn ein Gremium wie das Ihrige in den Standorten einen Überblick habe, welche Kompetenzen sind vorhanden, kann ich natürlich diese Informationen auch sehr gut einsetzen in Gesprächen mit der Unternehmensleitung, ganz klar. Aber diese Schnittstellen sind an der Stelle nicht vorhanden, was natürlich nicht heißt, dass Sie als Unternehmen das Ausfüllen des AI-Kompasses nicht bestärken können und dann aufgrund der Ausdrucke, die Sie haben als PDF-Dokument dann uns doch eine Art Kompetenzraster erstellen können. Ist dann natürlich nicht so schick wie eine SAP-Schnittstelle, aber vielleicht gibt es ja Praktikantinnen und Praktikanten, die dann solche PDF-Ausdrucke dann systematisieren und Auswertung erstellen. Ja, ich habe es eigentlich schon erwähnt, der Einsatz dann von den Ergebnissen kann im Qualifizierungsgespräch geschehen, das ist ja vorgesehen laut Tarifvertrag, man kann dann vorhandene Kompetenzen mit künftigen Kompetenzanforderungen abgleichen und es ist dann Ihnen überlassen oder es gibt diverse Möglichkeiten, was man mit den Ergebnissen macht, man kann eine interne oder externe Weiterbildung machen, Teilqualifikationen anbieten, vielleicht kommt auch eine externe Prüfung in Frage, ein anderer Arbeitsplatz und vieles anderes mehr. Hier sehen Sie auch nochmal die Internetadresse www.aikompass.de komplett kostenlos auszufüllen. Die Frau Fink fragt, ob diese Info nicht auch für den Arbeitgeber von Interesse wäre, grundsätzlich für die Qualifizierungsplanung. Ja, natürlich wäre sie das und ich kann nur ermuntern, das gehört für mich mit zu einer Weiterbildungsstrategie eben ganz genau zu schauen, welche Kompetenzen sind im Unternehmen vorhanden. Dazu kann der AI-Kompass genutzt werden, aber eben aufgrund des Datenschutzes und der heftigen Diskussion damals haben wir uns gegen Schnittstellen entschieden, weil wir eben dann als gemeinsam getragene Agentur von Südwestmetall und IG Metall auch nicht gewährleisten können, was dann mit den Daten im Anschluss passiert. Ich kann Ihnen aber auch gleich noch ein Angebot machen, da kommen wir dann aber auch gleich dazu. Denn wir überlegen jetzt auch gerade, welche informellen Digitalkompetenzen vorhanden sind. Diese Digitalkompetenzen fehlen bislang im AI-Kompass. Computerkenntnisse werden zwar abgefragt, aber das sind Items aus dem Jahr 2012, 2013. Mittlerweile sind wir ja viel, viel weiter in der App-Anwendung, in der Anwendung mobiler Endgeräte, sodass wir jetzt gerade dabei sind, im Rahmen eines Vorhabens den AI-Kompass zu ergänzen, um informelle Digitalkompetenzen. Das können dann beispielsweise Grundkompetenzen sein, wie Datenverarbeitung, Kommunikation, Erstellung von Inhalten. Es können Themen sein, der Digitalisierung von Arbeit, die Nutzung von Standardsoftware, Dateneingabe, Datenschutz. Schlüsselqualifikationen spielen auch immer eine Rolle und dann natürlich die Zusatzqualifikationen, die eingeführt wurden in den modernisierten Ausbildungsordnungen der M&E-Berufe, wo es dann darum geht, solche Qualifikationen wie digitale Vernetzung in konkrete Tätigkeiten, weil darauf fußt der AI-Kompass zu übersetzen, um dann die nötigen Informationen zu bekommen, weil wenn ich nur frage, tun sich digital vernetzen, ja oder nein, haben sie noch nichts über die Kompetenz erfahren. Da unser Angebot an Sie, wenn das für Sie ein interessantes Thema ist, die informelle Digitalkompetenzen, inwieweit haben unsere Kolleginnen und Kollegen informelle Digitalkompetenzen, dann können Sie da gerne uns kontaktieren, wir würden dann zu Ihnen kommen und mit Ihnen zwei Workshops durchführen und auch einen Austausch mit anderen Unternehmen ermöglichen, um dann mit Ihnen auch zu diskutieren, wie kann man eben solche Digitalkompetenzen nochmal besser erfassen, da brauchen wir Ihre Expertenmeinung aus den Unternehmen, weil wir dann doch immer sehr im Elfenbeinturm in Stuttgart sitzen, uns interessiert, welche Tätigkeiten sind bei Ihnen vorhanden, wenn es darum geht, mit Digitalkompetenzen zu arbeiten und das Ganze soll dann auch dazu dienen, dass wir eine Information von Ihnen bekommen, Sie würden dann aber von uns auch eine unternehmensspezifische Rückmeldung bekommen darüber, was für Digitalkompetenzen bei Ihnen vorhanden sind und Sie würden das ganze Tool dann anschließend auch kostenlos zu Ihrer weiteren Verwendung bekommen mit Siemens spezifischen Charakteristika. Die Frau Adam hat gerade eben gefragt, ob wir auch mit anderen Standorten außerhalb unseres Tarifgebiets arbeiten. Jein, was wir uns vorstellen können, ist in einer Kooperation zu arbeiten mit einem baden-württembergischen Standort und einem Standort außerhalb von Baden-Württemberg, aber da wir zur Hälfte von Südwestmetall getragen werden, zur anderen Hälfte vom Bezirk Baden-Württemberg, sind wir auf das Tarifgebiet Baden-Württemberg beschränkt, aber in einer Kooperation mit einem baden-württembergischen Standort und einem anderen Standort könnten wir uns entsprechende Leistungen vorstellen. Es wäre jetzt beispielsweise heute auch kein Problem gewesen, wenn jemand aus einem anderen Bundesland sich noch zugeschaltet hätte. Ja, dann kommen wir zur Weiterbildungsstrategie. Da ist für uns immer die Frage, wie kann man Weiterbildung in den Prozess der Arbeit integrieren, weil Sie kennen es wahrscheinlich auch. Entweder, ich habe es erwähnt, es gibt keine Zeit oder es gibt kein Geld. Weiterbildung muss immer möglichst kurz und schnell sein. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass wenn wir mit Betriebsräten und Personalverantwortlichen zusammensitzen, dass dann alle sehr, sehr schnell sich einig sind, ja, wir brauchen Weiterbildung, dann werden große Pläne gemacht und am Ende sagt der Werkleiter, nein, geht nicht, ich brauche die Leute, wir haben keine Zeit. Deshalb haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie man denn Weiterbildung dann dennoch anbieten kann, auch insbesondere für Beschäftigte an der Linie, die nicht ein Seminar buchen können und haben da schon vor längerer Zeit mit verschiedenen Unternehmen ein Konzept ausgearbeitet zu sogenannten Arbeits- und Lernprojekten, Unternehmen, wo es darum geht, wo es darum geht, tatsächlich anhand von tatsächlichen Arbeitsaufgaben, Learning by Doing, genau, sich weiterzubilden über konkrete Aufgaben, die nicht herausfordernd sind, aber nicht überfordernd und das Ganze am Arbeitsplatz, im Arbeitsprozess, am besten Selbstständig und mit einem klaren Ergebnis, was ich dann auch präsentieren muss am Ende, weil auch das sind Kompetenzen, die ich im Berufsleben brauche, dass ich vor anderen auch etwas darstelle und da das nötige Selbstvertrauen habe. Wie funktioniert so etwas? Da möchte ich wieder das Beispiel des Einstellers verwenden. Sie erinnern sich mit den drei Niveaus Anfänger, fortgeschrittener Experte und unser Vorschlag wäre, dass Sie sich als Unternehmen, wenn Sie sagen, wir möchten so etwas machen, sich ein Team zusammenstellen aus mit verschiedenen Expertinnen, Experten aus dem Betriebsrat, Personalverantwortliche, Teamleiter, Entwickler, aber auch Facharbeiter selber, ganz wichtig, und dann überlegen, welche Aufgaben hat denn so ein Einsteller in Zukunft zu erledigen. Ein paar sind ja hier auch schon beschrieben, auf Anfänger bis Experten Niveau. Aufgaben braucht denn ein Anfänger, welche Aufgaben braucht ein Fortgeschrittene erfüllen, welche Aufgaben muss ein Experte erfüllen. Sie definieren selber, was die Aufgaben sind. Die Aufgaben sollen keine kleinen Aufgaben sein, sondern schon im Sinne einer vollständigen Arbeitsaufgabe gesehen werden. Und das ist natürlich viel Arbeit für Sie. Sie müssen da wirklich hirnen und überlegen, was sind denn zukünftige Aufgaben eines Einstellers und diese auch aufschreiben, operationalisieren. Und das wären beispielsweise solche Aufgaben des Einstellers. Er soll auf einem Anfängerniveau vor allem die Produktionsprozesse überwachen und am Ende bei Aufgabe 6, wenn er dann quasi auf Experten Niveau ist, soll er dann auch Arbeitsabläufe planen und durchführen, das im unmittelbaren Produktionsbereich. Das ist ein konkretes Beispiel aus einem Unternehmen, was dort erarbeitet wurde. Das sind also quasi diese 1 bis 6 Aufgaben beschrieben anhand des konkreten Beispiels und wenn ich dann hier ist orange hinterlegt, die Aufgabe 6, Planen durchführen, wenn ich mir diese Aufgabe nochmal genau angucke, was steckt denn hinter der Aufgabe Planen und Durchführung von Arbeitsabläufen hat damals das Experten Team in dem Unternehmen überlegt, naja, dazu gehört natürlich ganz klar das Durchführen der Schicht Übergaben, dann aber auch das Organisieren des Produktionsablaufs, Prüfen der Auftragsunterlagen, Festlegung der Auftragsziele, Abstimmende Arbeitsabläufe, Organisation des Arbeitsbereichs, fachliche Einweisung des Produktionsteams, Dokumentation der Produktionsdaten. Das sind alles Aufgaben, die zum Planen und Durchführen von Arbeitsabläufen gehört, aus Sicht der Experten in dem Unternehmen und jetzt ging es darum, diese vielen Aufgaben in kleine Lernhäppchen, so nenne ich es mal, aufzusplitten, Neudeutsch, Learning Nuggets, wir haben es eben damals genannt, Arbeits- und Lernprojekte. Das sieht dann thematisch so aus, jede Aufgabe, die ich definiert habe, splitte ich in verschiedene Arbeits- und Lernprojekte auf und über diese Arbeits- und Lernprojekte ergibt sich dann ein Gesamtweiterbildungsprogramm, sprich, ich habe ganz viele kleine Einheiten, in denen ich über Learning by Doing meine Kompetenzen entwickeln kann und wenn ich alle Arbeits- und Lernprojekte, in dem Fall auch Pakete, erfüllt habe, belegt habe, dann kann ich sagen, habe ich das komplette Fortgeschrittene beziehungsweise Expertenprofil eines Einstellers erworben und kann entsprechend dann auch so eingesetzt werden im Unternehmen. Wenn ich jetzt diese Aufgabe 6, die ich gerade eben beschrieben habe, eben aufsplitte in kleine Häppchen, in sogenannte Arbeits- und Lernprojekte, sagen die Experten, ja, dann haben wir sechs kleine Arbeits- und Lernpakete, Paket 6, fachliche Einweisung des Produktionsteams, die Akkordeingabe gehört dazu, Betriebsdatenerfassung, das Protokollieren der Leistungslohndaten und eben das Durchführen, von Schichtübergaben und dieses Arbeits- und Lernprojekt Schichtübergaben könnte dann beispielsweise so auslaufen, durchgeführt werden. Ein Arbeitnehmer bekommt die Aufgabe gestellt, beschaffen Sie sich zunächst mal alle vorhandenen Anweisungen, machen Sie sich mal einen Überblick darüber, was muss man beachten, wenn man eine Schichtübergabe durchführt, dann nehmen Sie doch einfach mal an zehn Schichtübergaben teil, gucken den handelnden Personen über die Schultern, machen sich die Gedanken, was kann man vielleicht besser machen, was kann man anders machen und dann bereiten Sie doch mal selber eine Schichtübergabe vor und leiten Sie eine Schichtübergabe. Beschreiben Sie im Anschluss eine optimale Schichtübergabe und entwerfen dann doch für sich und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen eine Checkliste für eine erfolgreiche Schichtübergabe und dann, ich habe es erwähnt, es braucht auch Kompetenzen überfachlicher Natur und dann präsentieren Sie doch mal Ihre Ergebnisse vor einem Gremium. Das Gremium können die Kollegen und Kollegen sein, Betriebsratsvertreter, direkte Vorgesetzte, um einfach deutlich zu machen, man hat auch die Kompetenz sich hinzustellen und etwas darzustellen. Ja, und das Ganze, dieses Arbeits- und Lernpaket würde dann auf einem Anfängerniveau circa vier Wochen dauern, so viel Zeit hat man, da man muss ja erstmal zehn Schichtübergaben mit einplanen, beispielsweise und daraus ergibt sich dann der modulare Ablauf und Sie können selber zusammenzählen, wenn man jetzt Arbeits- und Lernpakete eins bis sechs zusammenzählt, kommt man da auf mehrere Wochen. An der Stelle gucke ich gerade in den Chat, die Frau Fink fragt, noch begleiten Sie nur Upskillung, Skilling beziehungsweise Reskilling. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich würde eher es so formulieren, dass wir hauptsächlich Unternehmen, Betriebsgräte darin begleiten, ihre Beschäftigten an die neuen Herausforderungen anzupassen, Kompetenzen zu erhalten, zu erweitern, dass andere Tätigkeiten ausgeübt werden können, wenn bisherige Tätigkeiten aufgrund der Digitalisierung, der Transformation entfallen. Ich habe allerdings nie so sehr das Upskilling im Blick, wenn es um eher relevante Themen geht, sprich eine Fortbildung zum Meister Techniker oder auch andere Dinge. Da informieren wir darüber, was für Angebote es gibt, welche Fördermaßnahmen es gibt, aber ansonsten sage ich als Agentur Q halte ich mich gerne aus Ära-Fragen heraus. Jetzt fragt verifiziert Frau Fink nochmal Ihre Frage, geht es nur um Weiterbilden oder besteht auch die Möglichkeit, um in andere Berufe entwickelt zu werden. Da haben wir einen ganz konkreten Fall als Agentur Q in einem Unternehmen, das leider Personal abbauen muss, das sich allerdings zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen Beschäftigte so zu qualifizieren im Rahmen noch des Arbeitsvertrages, damit sie dann in anderen Bereichen in anderen Berufen neu einsteigen können. Da kann man natürlich dann solche Konzepte wie den AI-Kompass nutzen, um zu schauen, welche Kompetenzen sind vorhanden, die möglicherweise auch in anderen Berufen gebraucht werden, um dann auf Basis der Erkenntnis aus dem AI-Kompass dann zu schauen und welche weiteren konkreten Weiterbildungsmaßnahmen und Teilqualifikationen etc. braucht man, um dann diesen neuen Beruf ausüben zu können, um beispielsweise bei der IHK eine externe Prüfung zu machen oder einfach auch so einzusteigen aufgrund einer eines Berufsabschluss, den ich vielleicht auch schon habe. Kann auch sein. So, danke, das hatte ich gemeint, super, dann wird die Frage auch beantwortet. Ja, auch hier beim Arbeits- und Lernprojekt unser Angebot, wir kommen gerne zu Ihnen, um einfach mal exemplarisch so ein oder zwei Arbeits- und Lernprojekte gemeinsam mit Ihnen zu definieren, quasi so als Anstoß, damit Sie dann auch verstehen, was wir damit ganz konkret meinen, um Sie dann auch zu befähigen, so etwas selber durchzuführen und dabei begleiten wir Sie auch sehr gerne beziehungsweise dann auch bei der Implementierung der Arbeits- und Lernprojekte durch einen gemeinsamen Workshop. Hier möchte ich jetzt das Thema wechseln und nochmal aufs Thema Industrie 4.0 kommen, das war ein Projekt, was wir durchgeführt haben mit Partnerunternehmen und ich habe Ihnen die Folie mal mitgebracht, damit Sie auch sehen, mit was für Unternehmen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, das sind jetzt Unternehmen, denke ich, in Ihrer Größenordnung, dass man als die Projektbeteiligten im Projekt Prospektive Weiterbildung für Industrie 4.0 wo es darum ging zu überlegen, welche Kompetenzen brauchen Beschäftigte schon heute für die Veränderungen von morgen, deshalb prospektiv und nicht retrospektiv und gemeinsam mit den Unternehmen, die sich beteiligt hatten, wurden insgesamt 30 Monaten, zweieinhalb Jahren sieben Weiterbildungsmodule entwickelt und dann auch erprobt zu Themen, wo die Unternehmen gesagt haben, ja, das sind Themen, die wir jetzt schon brauchen. Also, wie können wir Beschäftigte unterstützen, begleiten im Erlernen der Nutzung von mobilen Endgeräten, das klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber geht natürlich über die bloße Nutzung eines Handys hinaus, ich muss auch verstehen, welche Prozesse liegen hinter der Benutzung des Handys, welche Daten werden gesammelt, was passiert mit den Daten, wann nutze ich das Handy, das mobile Endgerät am besten, wann lasse ich es lieber sein, es ging um Themen wie Arbeitsprozesswissen 4.0, was verändert sich eigentlich für mich als Facharbeiter, der jetzt seit über zehn Jahren an der Linie steht, wenn da plötzlich neue Maschinen eingerichtet werden, wenn die Maschinen zunehmend vernetzt werden, was passiert da eigentlich um mich herum, es ging aber auch um ganz konkrete Themen, wie die Nutzung technischer Assistenzsysteme und natürlich Arbeiten mit Robotern, das zeige ich auch gleich nochmal und der Renner bei den Unternehmen war das Thema Lernprozessbegleitung, gar nicht mal so sehr, also die technischen Weiterbildungen, sondern die Überlegung, wie kann ich denn Beschäftigte in dem Wandel mitnehmen, wie kann ich Lernprozesse begleiten, damit auch Beschäftigte sich die Weiterbildung zutrauen können, da haben wir in dem Rahmen des Projekts, aber auch schon in früheren Projekten ein Konzept entwickelt, wie Beschäftigte, Kolleginnen und Kollegen zu Lernprozessbegleitern weitergebildet werden können, um dann eben anderen Beschäftigten zur Seite zu stehen, sich zu motivieren, ihnen Selbstvertrauen zu geben und sie auch anzustupsen und hinzuweisen auf konkrete Weiterbildung. und da gab es ein ganz großes Interesse der beteiligten Unternehmen, ein Interesse, was ich so gar nicht vermutet hätte, aber das scheint ganz grundsätzlich gerade ein Thema zu sein, denn die IG Metall hat sich ja auch intensiv jetzt mit dem Thema der Weiterbildungsmentoren beschäftigt. Ja, und diese sieben Weiterbildungsmodule können dann verschiedene Perspektiven einnehmen und das Ganze war jetzt gedacht für den Einsatz in drei Bereichen, wo es jetzt schon Industrie 4.0 Ansätze gibt, nämlich Fertigung, Roboter-Systeme, Instandhaltung und Logistik und auf das Thema Arbeiten mit Robotern möchte ich jetzt kurz eingehen, da war unser Ziel nicht etwa, dass ganz konkrete Programmierkenntnisse vermittelt werden, die vielleicht in fünf Jahren auch schon wieder obsolet sind, sondern es ging um das Heranführen von Fachkräften, von un- und angelernten Beschäftigten, aber vor allem auch von älteren Beschäftigten an die Programmierung und die Steuerung von Robotern, was passiert, wenn der Roboter aus seinem Käfig entlassen wird und er zu einem kollaborativen Roboter als Kollege wird, was passiert da? und da einfach auch zu zeigen, naja, ich habe als Mensch es immer noch im Griff, was der Roboter macht, er hält an, wenn ich ihm meinen Arm hinstrecke, es ging in dem Workshop auch oder in dem Konzept auch darum, vorhandene Robotersysteme überhaupt mal vorzustellen, natürlich auch Gefahren und Risiken zu beurteilen, ja, und auch zu klären, was mache ich eigentlich in einem Störfall. Das waren so Inhalte von einem Konzept, Methoden, beispielsweise eine Betriebsbegehung, aber vor allem das Arbeiten mit Robotertechnik und ein Unternehmen hat das sehr schön umgesetzt und hat einen Workshop durchgeführt mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern im Unternehmen und hat mit einem KUKA Trainingsroboter einfach mal aufgezeigt, wie funktionieren Roboter und ich habe jetzt gelernt, es gibt mittlerweile auch Roboter, die selbst lernend sind, das heißt, ich nehme den Roboter und führe die Bewegungen aus und der Roboter merkt sich dann, wie er sich bewegen soll, speichert das als Befehl ab, das heißt, ich muss gar nicht mehr Befehle programmieren können, sondern ich muss nur noch wissen, wie es funktioniert. Die Kollegen in dem Unternehmen haben dann auch eine kleine Challenge durchgeführt mit sogenannten Minibots, gibt es von Fischer Technik, Lego Technik, von anderen Anbietern auch und Ziel war, dass die Kollegen und Kollegen in zwei Teams selber ihre Mini-Roboter zusammengebaut haben und dann in einer Challenge gegeneinander angetreten sind. Die Roboter mussten, sehen Sie auf dem mittleren Bild, beispielsweise einer schwarzen Linie entlang fahren und das tun sie natürlich nur, indem sie vorher entsprechend programmiert werden mit Hilfe einer sehr einfachen Programmiersprache, das ist das rechte Bild, da haben dann quasi die Kollegen und Kollegen, die an dem Workshop teilgenommen haben, zugleich erlernt, wie so die Basisbegriffe der Programmierung lauten und wie einfache Programmierbefehle eigentlich aussehen, wenn man sie ins System eingibt. Und Ziel war wirklich ein Grundverständnis zu erzeugen, wie das Arbeiten mit Robotern in der Zukunft geschieht. Und die Rückmeldungen waren sehr positiv von den Beschäftigten, sind dann aus dem Workshop herausgegangen und haben dann das Arbeiten mit Robotern die Industrie 4.0 auch mit anderen Augen sehen. Diese sieben Module und insbesondere auch das Modul Arbeiten mit Robotern sind auch in einer Broschüre veröffentlicht worden. Diese Broschüre finden Sie auch bei uns auf der Homepage. Und wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie uns, dann können wir Ihnen auch einige Exemplare in Papierform selbstverständlich zukommen lassen. So, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen Überblick geben, was wir jetzt noch vorhaben, aktuell und in der nächsten Zeit. Die große Herausforderung für uns heißt momentan digitale Grundkompetenz, weil wir sagen, ohne Grundkompetenzen ist es eigentlich nicht möglich, digitale Schlüsselqualifikationen zu erwerben und vor allem Spezialwissen aufzubauen. Jeder Beschäftigte braucht gewisse digitale Grundkompetenzen in der modernen Arbeitswelt. Die Tätigkeiten verändern sich. Ohne Digitales wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren. Nur ganz viele scheuen sich noch vor dem Thema Digitalisierung und haben auch ein geringes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zum Umgang mit digitalen Medien und wir möchten in einem Forschungsvorhaben, das wir mit der Universität Konstanz aktuell durchführen, einen Beitrag dazu leisten, dass Beschäftigte mit der nötigen digitalen Grundkompetenz versehen werden, damit sie dann als Unternehmen auch darauf aufbauen können und konkrete Weiterbildungsthemen zu spezifischen konkrete Weiterbildungsangebote, Entschuldigung, zu spezifischen Themen dann aufsetzen können. Aber ohne diese Grundkompetenz, da wiederhole ich mich, glauben wir, funktioniert ein spezifisches Training nur sehr bedingt. Ja, wir möchten wieder auch gerne unterstützen, die digitale Grundkompetenz ihrer Beschäftigten aufzubauen. Sie sind herzlich eingeladen, sich da zu beteiligen an diesem Forschungsvorhaben mit der Universität Konstanz und das Ganze läuft so, dass wir bei Ihnen im Unternehmen mit Beschäftigten eine Online-Befragung durchführen würden, um zu schauen, wie digital Grundkompetenz sind eigentlich die Beschäftigten schon heute. Sie würden dann eine anonymisierte Rückmeldung bekommen aus diesen Daten und gemeinsam mit Ihnen würden wir dann konkrete Handlungsempfehlungen entwerfen, wie digitale Grundkompetenzen bei Ihnen am Siemens-Standort gestärkt werden können. Sie würden von der wissenschaftlichen Begleitung in Konstanz und von uns auch eine Anleitung bekommen zur Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung von digitalen Grundkompetenzen und das Ganze natürlich stets individuell betrachtet auf Ihren Standort, weil ich glaube bei allen Weiterbildungsangeboten und Maßnahmen gibt es keine Methode, die für alle Standorte, für alle Unternehmen gilt, da tickt jedes Unternehmen sehr unterschiedlich. Unser Bestreben ist immer da unternehmensspezifische Lösungen zu finden. Dieses Angebot ist natürlich auch kostenlos für Sie, wenn bei Ihnen es jetzt schon in den Fingern juckt und Sie fragen möchten, ja und wie ist es da mit dem Datenschutz bei einer Online-Befragung sind diese Fragen natürlich immer richtig und wichtig. Wir werten nur Daten aus für Beschäftigten Gruppen, wo mindestens fünf oder noch besser zehn Beschäftigte zusammengefasst werden. Wir können nie Rückschlüsse ziehen auf einzelne Mitarbeiter. Die Daten werden auf einem Server bei der Universität Konstanz gespeichert, wo nur die Projektbeteiligten Zugriff haben, also nicht mal ich und aus den Rückmeldungen an das Unternehmen können auch keine Rückschlüsse gezogen werden auf einzelne Mitarbeiter. Teilnehmen können im Grunde möglichst viele Beschäftigte, das liegt ganz an Ihnen, wenn Sie sagen, ich möchte für meinen gesamten Standort erfahren, wie digital Grundkompetenz sind die Beschäftigten, dann können im Grunde auch alle Beschäftigten an dieser Online-Befragung teilnehmen, die Online-Befragung dauert so circa 10 Minuten, ist also auch relativ kurz gehalten. Sie können aber auch Bereiche definieren, wo Sie sagen, in diesem Bereich ist es für mich besonders wichtig, da möchte ich einfach mal mehr erfahren über die digitale Grundkompetenz der Beschäftigten. Zum Abschluss nochmal unsere Werkzeuge vorgestellt. Das ist im Grunde unser Werkzeugkoffer, von dem ich eingangs gesprochen habe. Da sehen Sie viele Begriffe in orange hinterlegt, die jetzt vorkamen in meinem Webinar. Unten drunter die Logos der verschiedenen Projekte, in denen die Werkzeuge entstanden sind. Und dann möchte ich noch Ihnen unser Ideenportal ans Herz legen, wo wir versucht haben, für Sie einen Input zusammenzustellen, Ihnen Leitfäden an die Hand zu geben, wie Sie Weiterbildung im Unternehmen gestalten können. Dieses Ideenportal wurde von meinem Mitarbeiter und Kollegen Herrn und diesen Film würde ich Ihnen mal ganz kurz noch zeigen. Das Ideenportal Qualifizierung ist ein Angebot der Agentur Q und bietet unter dem Motto Weiterbildung, anders gestalten, Personalverantwortlichen, Betriebsräten und allen anderen Interessierten, Inspiration, Handlungsempfehlungen und Basiskonzepte rund um das Thema betriebliche Weiterbildung. Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Das Ideenportal Qualifizierung ist eine ganz normale Internetseite. Wir finden sie über jede übliche Suchmaschine und direkt über die URL www.ideenportal-qualifizierung.de Einmal mit Enter bestätigt und wir landen auf der Startseite und hier gilt mit vier Klicks zur Weiterbildungsidee. Und es ist wirklich so einfach. Wir finden drei Bereiche Strategie entwickeln, Grundlagen schaffen und Kompetenz aufbauen. Zu jedem Bereich gibt es vier Themen, vier Kacheln, die als Fragen gestaltet sind und wir wählen uns einfach die Frage aus, die uns jetzt gerade am meisten interessiert. Zum Beispiel wie machen wir Lernen im Betrieb zur Selbstverständlichkeit? Und dann geht es mit dem ersten Klick los. Hier finden wir nochmal beschrieben, um was geht es, warum ist das Thema wichtig und wir finden vor allem weitere Fragen, aus denen wir auswählen können. Zum Beispiel wie schaffen wir mehr Weiterbildungsbeteiligung bei allen? Das war der zweite Klick, der uns auf eine Seite führt, wo wir jetzt konkrete Lösungsansätze sehen, aber auch Links zu anderen Websites mit spannenden Informationen zum Thema und Verweise auf andere Kacheln im Ideenportal, die uns vielleicht auch interessieren. Mit dem dritten Klick verschaffen wir uns nochmal einen kurzen Überblick, worum es bei dieser Lösung geht. Lernen raus aus dem Seminarraum und rein in den Arbeitsalltag klingt vielversprechend und mit dem vierten Klick sind wir im Lösungsvorschlag im Leitfaden. Den können wir uns online anschauen, wir können ihn uns auch ausdrucken und finden außerdem die Kontaktdaten zur Agentur Q nochmal und eine Übersicht der Inhalte im Ideenportal. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Stöbern im Ideenportal Qualifizierung. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche Ihnen da viel Spaß beim Stöbern im Ideenportal Qualifizierung. Wie gesagt, finden Sie verlinkt auf unserer Homepage oder direkt unter Ideenportal minus Qualifizierung.de Wenn Sie da Fragen haben, Rückmeldungen haben, Verbesserungsvorschläge haben, dann können Sie sich gerne da auch bei uns melden. Ja, zum Abschluss würde ich mich freuen, dass wir in Kontakt bleiben würden. Wenn wir uns jetzt gesehen hätten, dann könnten wir gleich unsere Visitenkarten austauschen. aber mein Angebot ist, ich komme gerne zu Ihnen in die einzelnen Standorte, dann können wir nochmal uns auch vertiefend austauschen und überlegen, inwieweit wir als Agentur Q Ihnen am Standort auch dienlich sein können. Gibt es Konzepte, die auf Ihre aktuelle Fragestellung passen und wenn Sie sagen, nee, jetzt wollen wir uns erstmal anderen Themen widmen, Stichwort Corona, dann mein Vorschlag, dann abonnieren Sie doch unsere Newsletter, wahrscheinlich viermal im Jahr, kriegen Sie dann alles mit, woran wir gerade arbeiten, wir haben auf unserer Homepage auch einen Blog, in der Regel so alle 14 Tage mit einem neuen Beitrag rund um aktuelle Themen zur Weiterbildung und wie es sich natürlich gehört, sind wir auch bei Twitter, Xing und LinkedIn und Sie erreichen uns auch jederzeit per Telefon und E-Mail auch jetzt aktuell im Homeoffice unsere Apparate sind da weiter geleitet und auf dem Mobiltelefon erreichen Sie uns sowieso und dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, dann gerne jetzt im Chat und ansonsten möchte ich Ihnen den Vorschlag machen, ich weiß nicht inwieweit das in Ihren Terminplan hineinpasst, ich habe über Zoom das kennen Sie ja mit Sicherheit eine Videokonferenz terminiert aufgrund meines Zeitplans erst für 11.30 Uhr wenn es für Sie passt, dann kriegen Sie gleich noch eine E-Mail von mir mit der Website Adresse und der ID für die Konferenz und wenn Sie Lust haben und Fragen haben, dann können Sie sich da gerne einklicken um 11.30 Uhr in die Zoom Konferenz und dann können wir auch gemeinsam auf diesem Weg nochmal ein bisschen Gespräch kommen und das soll dann auch ein bisschen der Ersatz sein für die Diskussion die wir ansonsten so direkt miteinander geführt hätten wenn Ihr Zeitplan anders aussieht dann müssen Sie sich auch da nicht einklicken oder entschuldigen dass Sie nicht können es einfach ein Angebot wenn keine Fragen sind brauchen wir auch nicht so lange ich bin gespannt da auf Ihre Rückmeldung Sie können natürlich jetzt auch noch per Handzeichen sich melden und schauen ob ich und dann würde ich sie live schalten oder natürlich auch noch in der Chat Funktion eine Frage stellen jetzt gucke ich kurz ob jemand schreibt der Herr Kalakikos schreibt gerade dann bin ich noch gespannt was er sagt er scheint wieder hat sich eingeklinkt in das Webinar so ja Sie bedanken sich Eifrig sehr schön ich hoffe ich konnte Ihnen wie gesagt einen Eindruck liefern in unserer Arbeit was wir so tun für Sie und wie gesagt ich habe ein tolles Team wir kommen gerne zu Ihnen ins Unternehmen und wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit verschiedenen Projekten der IG Metall so dass auch da sicherlich gemeinsame Kooperationen wirklich sind so dann sage ich an dieser Stelle Adieu und auf Wiedersehen vielleicht in einer Stunde nochmal in in der Zoom Konferenz und dann bin ich gespannt auf Ihre Rückmeldung und würde an der Stelle dann das Webinar beenden und wenn ich es richtig weiß dann können Sie auch die Chatfunktion jetzt noch ein bisschen weiter benutzen und sich dann in diesem Weg austauschen aber Sie haben sicherlich auch andere Wege gut also an der Stelle bleiben Sie gesund ich hoffe wir überstehen alle diese doch schwierige Zeit manchmal von positiven Nachrichten vom RKI manchmal nicht so positive Nachrichten bin gespannt wann wir allesamt wieder durchstarten können und ich hoffe dass die Siemens Standorte die aktuelle Krise doch halbwegs unbeschadet überstehen können dass die jetzt getroffenen Maßnahmen wirken und dass wir uns alle bald wiedersehen also machen Sie es gut genießen Sie die Sonne und bis bald Tschüss zu werden auf das die das Vielen Dank.